Könnten wir natürlich. Wissen wir aber noch nicht, ob wir das machen. Allerdings würde dieses Video sehr lange dauern. Um euch alles zu zeigen, wie man die Kids ausdruckt, wie man das mit den Kamas macht. Und das würde sicherlich eine Stunde dauern. Naja, okay, nicht so viel. Aber das ist uns zu aufwendig. Da kommt eventuell bald ein Custom Shop über die und ja. Dann von Mr. Commander Log. Wo holt ihr euch eure Inspiration? In den Star Wars, den Clone Wars folgen, in was wir auch immer bei anderen Mox gucken wir und ja. Ja, wir gucken halt bei anderen Mox, was uns da fällt und mischen dann alles zusammen und nehmen eigene Ideen noch dazu. Mr. Commander Echo, würdet ihr Lego immer noch sammeln, wenn es kein Lego Star Wars geben würde? Ähm. Jein, wenn er jetzt meint, wenn es das früher nie gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich wieder W2 gesammelt. Und sonst würde sich das ja gar nicht lohnen für uns. Ja, aber. Also, ich würde Lego Star Wars, ähm, keine Ahnung, ob ich das nur sammeln würde, weil, äh, Lego hat jetzt den Vertrag mit, ähm, Star Wars, also, ähm, die haben halt für weitere 10 Jahre die Rechte gekauft. Das heißt, es wird bis 2020 Lego Star Wars geben und so lange werden wir auch wahrscheinlich noch sammeln. Und dann, CaptainKili98, als ihr auch im YouTube-Kanal gemacht habt, habt ihr da Rancor Battalion falsch geschrieben. Oder gab es Rancor Battalion nicht mehr und habt dann Rancor Battalion... Ach. Also, wir haben uns so genannt, weil wenn man Rancor Battalion richtig eingibt, findet man Videos von Rancor Battalion. Genau. Also wirklich irgendwelche, nicht irgendwelche Figuren, die es ja auch gibt, nicht Lego. Ja. Ja, und das ist immer noch ein bisschen anders genannt. Also, Brickfilme zum Beispiel, äh, ja. Genau. Ähm, dann fragt die nächste... Ähm, nochmal müsst ihr können, was ist euer Lieblingscharakter? Wie schon gesagt, die drei, was ist euer Lieblingsessen, fragt ihr auch noch, äh... Ist ja egal. Naja, weiß ich jetzt grad nicht, fällt mir jetzt grad nichts ein. Ist auch egal. Naja, egal. Ähm, dann die Ultra Pro 12 fragt, würdet ihr mich weiterempfehlen und wie findet ihr meine Mox? Ähm... Ja, wir würden dich weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Und deine Mox sind sehr cool eigentlich. Ja. Ja. Also, deine Mox sind echt gut. Ja, dann, der nächste, äh, die Kino von Quirkinz. Wie findet ihr meine Mox cool? Ja, deine Mox sind... Also, du bist ja, ähm, ein sehr cooler YouTuber, muss man sagen. Ähm, du machst richtig Hammer-Mocks. Ähm, die gefallen uns wirklich gut. Wir sind ein großer Fan von dir und ja. Dann, wer ist euer Idol? Wir haben auf YouTube drei... Ja, also mehrere. Wir finden fast, äh, ziemlich viele gut. Aber unsere besten drei, kannst du ja mal sagen. Ja, fangen wir an. Ähm, die sind alle drei gleich. Nicht irgendwie einer Erste, sondern alle drei sind unsere Lieblings-YouTuber jetzt. Genau. Ich bin wirklich... Bleist bei mir jetzt. Brickschmiedis... Ist der Erste. Auch. Ja. Dann der Erste ist auch weiter noch. Genau. Lego Freak 10.000. Genau. Und noch der Lego Daniel 1997. Die sind alle sehr cool. Ja. Und, ähm, noch ein Englischer, ähm, und zwar Chris Productions. Also, das ist einfach nur Wahnsinn. Dann fragt der noch Möbge Bratwurst. Ja. Äh, nein. Äh, dann... Wenn ihr mit 74 fragt, wann baut ihr so gute Mocks? Ich weiß nicht. Wenn ihr sie gut findet, dann ist es so... Äh, naja. Gute Mocks, ähm, das kann man schlecht verantworten. Wir bauen einfach los und... Ja. Wenn ihr die gut findet. Genau. Dann nächste Frage. Ähm, auch von ihm, macht ihr mal einen Custom Contest oder noch einen Mock Contest? Ähm... Ja. Und ich hoffe, wenn du weitermachst, wirst du auch noch gut. Ja. Du hast dich gerade Colt genannt. Ich mag Colt. Ja. Ja. Dann werdet ihr einen Custom Shop machen? Fragt der auch immer? Die Frage beantworte ich. Und zwar werden wir einen Custom Shop wahrscheinlich machen über die Sommerferien. Über diese drei Arc Trooper. Hinzu kommen... Die zwei noch. Und ja. Die sind halt alle ein bisschen seltsam. Ja. Aber stehen euch feste. Was kann ich bei meinen Videos besser machen? Wer hat das gefragt? Achso. Ähm... Ich würde sagen, das musst du für dich wissen. Weil wir können jetzt deine Mocks nicht kritisieren. Weil... Sagen wir mal so. Jeder findet, das Mock ist cool, weil es ihm besser gefällt. Oder weil er den Planeten lieber mag. Oder das andere Mocks besser. Oder... Ja. Ja. Wie würde ich das sagen? Deine Mocks sind eigentlich ziemlich detailliert. Und... Das ist eigentlich richtig cool. Und ja. Daher... Du musst auf... Also du findest bestimmt auf deine eigene Weise heraus. Ich mein... Wir finden das auch immer neue Ideen wieder. Und das macht mehr Spaß als statt. Wenn man sich jetzt... Ja. Dann die nächste... Von anderen so... Ja. Die nächste Frage. Wie findet ihr meine Videos von Commander Cole? Wie schon gesagt. Ist cool. Dann... Weiter noch. Wenn ihr... Kommande... Welches... Euer Mocks und welchen eure Custom findet ihr am gelungenesten? Ähm... Mein Lieblings-Mock ist... Ähm... Für Lego Freak 10.000. Die beiden... Zweite Runde. Zweite und dritte Runde finde ich am besten. Und die drei Customs, die da stehen. Also ich finde... Ähm... Die drei Customs, die da stehen... Und... Also unsere erste finde ich auch am besten. Und ähm... Ja. Unser erste ist natürlich relativ cool. Und den Custom... Ich finde die drei Custom und den cool. Und ich muss kurz überlegen, welche Basis ich am coolsten fand. Also vom ganzen Detail herum und so... Ähm... Finde ich... Am coolsten... Ja. Auch die Lego Freak 10.000 Basen. Mox. Ja. Dann... Krillz fragt, was euer Lieblings-Star Wars-Charakter? Oder euer Favor-Commander? Oder Captain? Wie schon gesagt. Die drei. Alles in einem. Ja. Dann... Dann der Letzte fragt... Äh... Ne. Es gibt keinen, der was fragt. Ja. Abonniert, kommentiert und bewertet. Und Abo-Empfehlung an LegoJourton20, Brickschmiedes, Legofreak 10.000, LegoDanny1997, Legosaufstieg33. Ja. Und so weiter. Und an alle, die hier halt was gefragt haben. Und an... Und tschüss. Ja. Ciao.